Alpakas, unsere Jungs. Es gibt so einen Mythos, was machen Lamas und Alpakas gerne? Spucken. Die Frage kommt öfters bei uns. Bei uns ist es so, dass das Lama nie spuckt, also ganz, ganz selten. Und die Alpakas spucken eigentlich auch nicht, da brauchst du auch keine Angst haben. Muss ich noch irgendwas wissen vorher? Die können austreten, also am Popo, am Hintern muss man aufpassen, nicht zu nah ran kommen, auch nicht am Po streicheln oder so, auch die Leine nicht ran halten oder irgendwie.